Einen wunderschönen guten Abend, meine Freunde und danke, dass ihr wieder zu diesem kurzen Video eingeschaltet habt. Dankeschön. Es geht um den Livestream am Wochenende und zwar wollte ich nur schnell bekannt geben oder beziehungsweise euch informieren, dass ich den jetzt dennoch am Sonntag machen werde um 19 Uhr. Punkt 19 Uhr werde ich anfangen. Und ja, keine Ahnung, ich finde das letzte Video, was ich hochgeladen habe zum Thema eben, wo ich mich entschuldige, dass ich das jetzt nochmal verschieben musste. Ich kann das irgendwie nicht ernst nehmen. Also erstens, dass mich da 20 Leute gerade deabonniert haben, dass ich da 20 Dislikes drauf bekommen habe. Und wie gesagt, das ist sicher ein Fehler von YouTube, weil ich habe jetzt sicher schon 200 bis 300 Videos auf meinem Kanal und ich habe maximal irgendwo drei Dislikes irgendwo mal drauf gekriegt oder so, aber noch nie 20 auf einmal. Also es stört mich auch nicht, weil es ist mir irgendwie, ich glaube, da ist irgendein Fehler passiert und aus dem Grund werde ich das Video auch ganz mal wirklich so ernst nehmen. Ich weiß, ich habe euch gefragt, ob ihr lieber Samstags oder Sonntags hättet und es haben wirklich viele auch für Samstags noch abgestommen. Aber die meisten, keine Ahnung, ich gehe jetzt einfach mal nach den Kommentaren und die meisten haben wirklich geschrieben, ich soll am Sonntag machen. Genau, und dann werde ich mir am Samstag nach der Arbeit, werde ich mir noch einen gemütlichen Abend machen und dann werde ich am Sonntag, werde ich dann livestreamen. Ja, und genau, das hat mir auch sowieso das letzte Mal so gut gefallen, dass ich sowieso öfters livestreamen werde. Vielleicht werde ich jetzt in Zukunft dann auch einführen, dass ich vielleicht ein, zwei Mal die Woche livestreame, weil, ja, ich werde das im Livestream selber dann auch nochmal ansprechen mit euch. Genau, da könnt ihr mir dann auch gerade Antworten dort geben. Ich werde das im Thema im Livestream auch nochmal sicher ansprechen. Wie gesagt, am Sonntag um 19 Uhr hier auf meinem Kanal auf YouTube, Alien Isolation wird gelivestreamt. Ich hoffe, ihr seid dabei und es tut mir wegeleid für die Leute, die jetzt gedacht haben, hey, geil, am Samstagabend oder so, wird auch noch kommen. Wird garantiert auch noch kommen. Leute, habt Geduld, es wird garantiert auch noch kommen. Das ist alles, was ich sagen wollte. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank, dass ihr das Video bisher geschaut habt. Haltet die Ohren steif, euer Nier und ciao. Haltet die Ohren steif, euer Nier und ciao.